Ich muss mich jetzt erstmal dran gewöhnen, ein Gesicht zu deiner Stimme zu haben. Oh, gewohnt für mich. Das wird bestimmt wieder einer der Momente, wo ich auf einmal heulend in der Ecke liegen werde, oder? Äh, nein. Nein. Also, tatsächlich, du kannst diese Map mit Super Mario vergleichen. Das ist Super Mario, was wir jetzt hier spielen. Okay. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Vertraue dir. Also, wir haben vorhin die Map echt gefeiert. Die Map ist so cool. Oh, ich liebe es. Ich liebe diese Map. Sieht gut aus. Downloading 40%, 47, 50%. Könnte klappen. Könnte klappen. Ja, ihr seid beide gleich auf. Gerade. Ich gebe dann erst mal so... Also, sagen wir mal so, Musik ist geil. Spielart ist auch geil. Es ist einfach geil. Ja, steht hier jetzt auch immer noch... Ich habe jetzt zwar 99%, steht auch Loading Kosten Map. Aber ich kann nicht auf Ready klicken. Ja, ja, du musst noch warten. Ah, der Hund und ich waren mal eben auf dem Klo. Ja, wir haben es gehört. Also, ich zumindest. Echt? Ich habe es gehört, weil du einfach nur noch hochgesprintet bist. Es hat nach Wimtsbrau, Schweig und Ostwestfalen gehört. Krass, ey. Ja. Das war schon ziemlich... Habt ihr es gespürt? Ich habe es gespürt, ja. Es war so eine Erschütterung der Macht zu spüren, ja. Ich habe es auch visuell und mit der Nase aufgenommen. Oh, ey. Aber sie hat jetzt nicht irgendwo hingemacht, wo ich rüberlaufen muss, oder? Äh, doch. Kann passieren. Es war sehr, sehr dunkel draußen. Ist das wieder diese Story mit dem Ausschwitzen? Ich gebe mal eben noch mal kurz weg. Ja. Der wäre vielleicht gar nicht so schlecht. So, jetzt macht ihr euch bereit für den absoluten Mario-Wahnsinn. Sind wir doch. Ähm, was? Ihr müsst einmal mit der Leertaste euch einmal bewegen, komplett. Sambal. Und einmal raus. Das gibt es ja nicht. Einmal rauszukommen. Jetzt kommen die Rütteln und Arbeiten zusammen, ey. Geht da weg, du. Ihr müsst auf jeden Fall mit WASD spielen. Äh, okay. Boing. Okay, wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo hin? Ich habe keine Ahnung. So, ich war total im FUN. Go, jetzt. Ah, geht los. Joing. Nein. Also, ich verliere das, sage ich euch jetzt schon. Ich verliere das. Ich habe es überhaupt nicht. Nein, ich bin ganz klar. FUN habe ich verloren. Auf jeden Fall. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh, ein Scheid sich mal da oben drauf. Wieso bewegt er sich nicht nach vorne? Du musst, äh, D. Oh, wie langweilig ist das denn? Es gibt hier keinen Double Jump. Äh, echt? Das haben doch die Super Mario-Teile mittlerweile auch. Also, eh, bei manchen Sachen konnte man tatsächlich doppelt springen. Aber nur bei manchen. Äh, nur wenn du die Pilze erwischt irgendwie. Äh, ging aber vorhin auch. Ich weiß ja, ob das bei der, bei der Wolkenmap war es, glaube ich. Da konnte man auch doppelt springen, meine ich. Der Pilz ärgert mich. Oh, diese Mario-Musik, ich liebe es. Das finde ich auch ganz geil. Das ist, also ich muss... Ich habe sie am Mario, ne, aber das ist ganz geil. Also, ich muss gestehen, zu meiner Schande, ich habe leider nie Mario spielen können. Mittlerweile haben wir es. Hey! Wer hat mich da geblockt? Ich. Mich? Also, mittlerweile haben wir hier Mario, aber ich habe es noch nie so aktiv spielen können. Digi, was machst du da? Vor allem hier auch was. Kann ich mich nicht bewegen? Kann man ja bewegen? Digi! Ja, drück mal D! D! Du musst D drücken. Ja, mit D geht er nach hinten. Drück mal A. Drück mal A. Und A geht danach hin. Und S. Digi! Drück mal S. Wie siehst du den Ball an? Siehst du die Map? Du musst Seitenansicht machen, Seitenansicht. Du musst ihn von der Seite angucken, den Ball. So dass du den Pfeil bei dir siehst. Der Pfeil muss nach rechts zeigen. Richtig. Nach rechts, nach links. Genau so. Ja, es geht! Und mit Leertaste springst du. Geister Typ, ey. Leider ist mein Hero auf den Niro. Hero auf den Niro. Ich bin zwar nicht selbst, aber passt schon. Vor allem, ich dachte vorhin so, das wäre vielleicht so die perfekte Map für dich. Übrigens haben die Katzen von dem Hund die Leckerlis runtergeschmissen, dass der die ganze Tüte aufgefressen hat. Nein. Und ich wundere mich, warum der so Blähungen hat. Naja, wenn man zu viele Leckerlis frisst, ne? Vielleicht da Sina im Hintergrund? Ja. Ja. Ah. Ich gucke mal eben nach unserem Köter. Einen Moment. Ja. Ist das eigentlich noch die erste Map? Das ist noch die erste. Es gibt 16. Und das Geilste am Ende, na gut, das ist kein quasi Endboss, aber doch irgendwie schon ein Endboss. Okay, ich bin mal sehr gespannt. Ich möchte mir zu viel verraten. Die Musikstücke wechseln. Also du kannst es wirklich sehr mit Mario vergleichen gerade. Du kannst auch springen und nochmal zurückrollen mit A. Und dann Leertaste und dann kannst du springen. Digi. Ja, warte, warte. In einer halben Minute. Bei dem Blähungen wäre es eine schwere Nacht. Oh ja. Oh ja. Vor allem müsste man, glaube ich, dauerhaft mit Fenster offen schlafen. Ich glaube, das würde man nicht aushalten. Also ich dachte immer, dass Katzenblähungen am schlimmsten sind, ne? Seit wir einen Hund haben, weiß ich, äh, es ist nicht mehr so. Hunde haben schlimmere Blähungen. Ich finde, ich habe schlimme Blähungen. Ja, bei dir, bei dir fallen eine Blume, die komplett im Blühen ist. Die fällt sofort in sich zusammen, wenn du Blähungen hast. Nicht nur eine Blume. Der ganze Busch. Der ganze Rasen. Guck dir unseren Rasen an. Wir haben eine ganze schwarze Fläche da hinten. Also so ein Rhododendron mit drei Meter Höhe, der ist kaputt, du. Oh ja. Ist die Wahrheit, nicht böse gemeint. Digi, muss ich erst mal an eine andere Steuerung gewöhnen. Digi, du hast so 30 Sekunden, ich will dich nicht unter Druck setzen. Ich sehe mich halt aus der In... Ich sehe mich halt aus der Ingo-Spektive. Ich sehe keinen Pfeil, ich sehe meinen Ball auch nicht, das ist das Problem. Dann musst raus scrollen. Ja, du musst raus scrollen. Oh, toll. Das habe ich dir doch vorhin gesagt. Das war doch eine Intro, ein Dingens. Wie heißt das? Im Tutorial, im Tutorial habe ich doch gesagt, du musst raus scrollen. Wir beide haben das, glaube ich, gesagt. Echt? Mit dem Maushaut auch? Ja. Da ist die Fahne, da musst du raus. Ja, da musst du raus und dann darauf bleiben ein paar Sekunden. Yo. Yay. War das das zweite Buch? Wenn das Tier Blähungen hat, dann wird es zurückvergast. Der ist gut. Der ist echt gut. Den muss ich mir mal merken. Den muss ich mir echt merken. Und huip. Hui. Hey. Mario. Hui. War das jetzt unsere? Yo. Okay. Ja. Ja, ich muss sie. Sie haben, ich mache es vorhin, mich da hier wegzuschauen. Das ist auch ein Buch. Sie fällt, ihr kuschelt hier an. Nein. Den Banditos, der da wieder heißt. Banditos, richtig. Banditos. Checkpoint. Yo. Checkpoint. Wenn du jetzt stirbst, dann kommst du da zurück. Ja. Und nicht am Anfang. Ah, wenn mich die Pflanze erwischt, dann ist man tot. Gut zu wissen. Ich komme nicht mal mit zu der Pflanze hin. Aber schön, dass ihr das schafft. Also ist es möglich? Nein. Irgendwie steht mir ein weißer Ball im Weg. Das wird dir geschehen. Ah. Jetzt. Ja, verdammt. Mist, 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 Mist. Ich war eben so gut. Na lang. Nein. Hi, Piazza. Ja, lecks mich doch am Popokatchen, Peter, ey. Nein, du Kleine. Piep. Aus, du. Böse Pflanze. Ganz böse Pflanze. Nice. Nein. Ja. Huh. Spring. Wo seid ihr denn noch unterwegs? Da. Bis vor kurzem bei der Erste. Bis das mit dem... Wer hat denn da die rosa Nase und die Mickey Mouse Ohren? Ich. Du bist ja schon wieder blau. Ich sehe das ganz genau. Ja, ich weiß. Ich habe zu viel Wasser getrunken. Nein. Hä? Das habe ich vorhin, glaube ich, schon nicht geschafft. Sei aber gnädig zum Tier. Übertreib es nicht mit deinen nächtlichen Abgasen. Ich weiß, wo gerade Katten. Da leiden Gott sei Dank nur die Katzen drunter. Hm? Kleine Maus? Oh, was warten wir denn eigentlich noch? Auf... Nee, nicht. Wir warten auf Eidaria. Ach so, normal. Das kenne ich schon. Sie ist noch dabei, das Spiel klassisch zu spielen. Und ähm... Das ist super unterwegs, einen zu lochen. Sie probiert jetzt einfach jedes Loch aus. Und sie mache ich welche ab. Habe ich auch gemacht, bevor ich Eidaria kennengelernt habe. Was? 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 Trennung. Trennung. Katz. Katz. Wir trennen uns jetzt. Wir trennen uns jetzt. Ich bin wieder Single. So, so. Pringels. Alle, 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 die mich kennenlernen wollen, ich bin Single. Ich mach Pringels. Die sind lecker. Nur die armen Katzen vergast du? Oh, nein. Ja. Wobei, ich bin mir nicht sicher, ob die Katzen mich vergaben oder ich die Katzen. Na, das ist doch tricky. Nein, oh, oh, oh. Na, wer ist denn da gestorben? Nein. Boing. Bitte sag das. Oh, ich bin unten. Oh, das ist safe. Das ist okay. Oh. Ich bin da einfach mal den, ähm, den komischen Eiern gefolgt. Das war mein. Aber ich hab, ich hab das checkt worden, Vincent. Gott sei Dank. Das läuft besser als vorhin. Nein. Nein. Digi, Digi, warum standst du da? Warum standst du da? Ja, ich war das. Ich hab gesehen, wie du grad, wie es besser läuft, in die Schucht gefallen bist. Ja. Ja. Welche Schucht? Bitte mit Gasmaske. Endlich Essen. Ab in die Lecke. Over the hatch. Genau. Oh, da hinten vor mir ist ja auch noch was Grünes. In Ford. Herrlich. Wer war in der Pinke da? Alter, dufti. Du warst vor mir drin. Katschi kennt sich aber aus mit Einlochen, du. Checkpoint. Mai, oh, mai. Ja, ich bin auch eigentlich ein richtiger Golfprofi. Ich schlafe jeden Abend neben einem Wolfschläger. Alter, was war das denn? Ist da irgendwo bei dir umgefallen, Schatz? Ja, nee. Der Hund ist vom Bett gefallen. Weißt du, ich denk mir nur so, was ist das da oben für Geräusch? Was machst du da schon wieder? Ich weiß auch nicht, was ein Hund im Bett zu suchen hat. Ich mag das nicht. Ja, falsche Erziehung, würde ich sagen. Ich krieg heute noch mein Fett weg. Oh, Musik ändert sich. Ich hab mein Fett schon immer wegbekommen. Das sieht man mir ja auch an. Ja, der Fett spielt jetzt nach vorne. Das ist jetzt die Musik bei Super Mario Land 3. Ey, wer war das? Das war mega gemein. Diggi, kannst du das nochmal wiederholen? Ich hab das eben akustisch nicht verstehen können. Die anderen waren zu laut. Was hast du eben nochmal bezüglich der Musik gesagt? Danke. Das muss jetzt aus Super Mario Land 3. Oh nein. Das muss aus der Wüste sein. Ah, okay. Ja, aber die anderen beiden waren zu laut. Deswegen hab ich das eben akustisch nicht verstehen können. Ich war noch nicht zu laut. Hi. Beste Spiel überhaupt. No. Ja. Super Mario Land 3 war. Ich lief das einfach. Solange Duftchen nicht jede Nacht mit dem Schläger schläft, ist alles gut. Okay. Neben, neben. Neben. Ja, der Schläger lässt mich nicht ins Bett. Lässt mir keinen Platz. Ach. Ja. Das Ding mit dem Wasser, okay. Ich verstehe. Oh, Diggi, zweiter. Sehr gut. Ja. Da ist mein Held jetzt drin. Ah, pink. Ah, danke. Danke. Oh Gott. Das sah ja so gut aus. Also der Delay hat gerade so. Das war wirklich so, okay, jetzt machst du nur diesen einen Sprung und auf einmal so plopp zurück zum Checkpoint. So what? Nein. Da hab ich vorhin verkackt bei dem Ding. Alter. Das war aber knapp. Nein. Was? Warum bin ich denn jetzt zurückgesetzt worden? Das verstehe ich auch nicht. Ich hab's ja noch nicht mal absichtlich gemacht, weil sonst hätte ich ja zwei Punkte. Ey, das war super böse und gemein. Aber 100%. Was ist das denn? Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn für eine Schitte? Schitte. Sag mal. Weißt du, ich bin ja schon als böse in Person, aber das fand ich schon richtig gemein. Alter. Das war so ein Kaisel-Mario-Move oder so. Ciao. Kein zu machen. Ich freu mich schon mal auf Bowser, der ist am Ende. Echt? Oh, die Musik ist geil. Die ist geil. Guck mal, die Maus ist vorne. Das sieht aus wie so eine kleine Zucker-Maus, du. Du brauchst dich jetzt nicht einstellen. Ey. Irgendwie hat mich da einfach ganz weit nach hinten ged... Ding, die Bumms... Gedießt. Nein, die kommt... Ach doch, ich komm hier raus. Oh Gott. Da ist sie gerade. Was ist denn hier los? Was ist jetzt los? Ja, da muss man einmal zurückspringen, dann wieder drauspringen und einmal da rüberspringen. Nein! Ey, wer ist das? Das ist super gemein. Oh, da muss man hoch. Ich wurde zurückgesetzt. Wieso wurde ich denn zurückgesetzt? Ha! Nein! Warum wurde ich zurückgesetzt? Alter, ich hab schon die Eierbelehrung. Ich seh das richtig. Oh, oh. Höpa. Fua. Nein. Oh, das ist ja mies. Warum wird man hier jetzt einfach zurückgesetzt für irgendwelche Sachen? Die man gar nicht getan hat. Ey! Oh nein! Das ist so gemein. Hu 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 hui. Nein, selbst Blätter und drauf. Nein! Was ist das für eine Scheiße? Ja? Ey, nicht solche Kraftgeschichten hier. Scheiße darf ich sagen. Kraft ist jetzt Mondelez. Nur zur Info. Kraft darf ich sagen. Äh, scheiße darf ich sagen. Oh, Mann. Milka ist auch Mondelez übrigens. Ohne Werbung machen zu wollen. Oh, dufte. Hi. Ja, hey. Mensch, lange nicht gesehen. Ja, ne? Mensch. Oh, Checkpoint. Will ich mal wiedersehen? Nein, nein, nein. Ja, ich hab endlich den Checkpoint erreicht. Ah, du auch? Ja, ich auch. Ah, aber das ist so geil, wie diese Eier einfach unsere Luchtwahn nachbilden. Ja, ich hab's ja schon. Ich bin safe, Junge. Wen so wahnsinnig, dass ich diesmal nicht Letzte bin. Oh, du hast ja Zweifel hinter dir, Luchte. Geht voll gut. Hä? Hä, waren wir alle drin? Ja. Ja. Scheinbar. Wir waren da eben Letzter. Dufte. Ich. Dufte war Letzter. Gar nicht gemerkt. Hey, wer ist mit auf meinen geilen Kopf gesprungen? Hallo. Die Musik ist so cool. Da krieg ich echt wieder Bock. Mario zu spielen. Oh, Checkpoint. Wieder. In fairen Zukunft. Wie, Checkpoint? Wo kommt die Sonne her? Checkpoint, Charlie. Warum macht die Sonne das? Haha, die Sonne hat mir gar nichts. Hallo. Was ist für eine Sonne? Hä, die Sonne, die da vorhin war. Ja, so weit bin ich doch noch gar nicht. Leute. Ich auch nicht. Nein. Ne, ich auch nicht. Schönen wir mal. Checkpoint. Warum seid ihr alle schon nach vorne? Eine Sonne. Die ist mega heiß. Nein, Alter. Die Sonne. Die Sonne. Warum bin ich hier hinten alleine? Ich bin hier schon ganz braun. Ey. Die Sonne hat mich gebräunt, aber richtig geil. Und ich habe nicht mal was gezahlt, sonst zahle ich immer im Bräunungsstudio. Die haben ja auch geschlossen, ne? Das ist eigentlich das Schlimmste am Lockdown, ne? Ja, absolut. Merk mal. Oh, meine FKK-Sauna hat zu. Das ist mega gemein. Ei. Wir haben doch eine Sauna. Wozu brauchen wir... Wozu geht die Sauna? Wir haben ja geschlossen. Wir haben doch... Wir haben doch... Hinter der Garage haben wir doch eine. Ja, die hat doch geschlossen, oder? Hast du die schon mal offen gesehen, die Sauna? Ja, gestern. Gestern? Ach so. Ich habe gestern mal reingeguckt. Doch, das ist ja mega gemein. Du warst in der Sauna und ich muss schwitzen, ey. Genau. Ich glaube, so funktioniert das mit Sauna nicht. Nicht? Natürlich. Warst du schon mal in der Sauna? Kennst du dich überhaupt aus? Äh... Bin ich der Letzte? Du? Nein, du bist der Erste. In meinem Herz. Ach echt? Bin ich der Erste? Seid ihr schon... Seid ihr ja noch nicht drin? Bin durch. Ach so. Nein. In meinem Herz. Wir waren da so... Nett. Durfte. Ah, du... Ich bin schon... Nee, du warst gleich sympathisch. Ehrlich, muss ich sagen. Nachdem du erst mal böse Blick ausgetauscht hast. Nee, ich bin ja Auto gefahren den Tag. Ach, du bist ja Auto gefahren. Ah. Ja. Ja, aber erst mal böse Blick ausgetauscht. Ja, aber erst mal böse Blick ausgetauscht. Soll er nackt in die Waschküche gehen? Wer? Rapp, 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 rapp. Pass bloß auf. Ich glaube, du. Ich hasse Wassermaps. Ich auch, ich auch. Wassermaps sind so ekelhaft. Ja, du hängst gerade überholt, Aldari. Hörst du auf, mich Aldari zu nennen? Hörst du auf? Warum steht du? Hä? Ich bin zurückgesetzt worden. Ach so. Oh, nee. Wie blöd ist das denn? Ich war kurzzeitig auf der Startmap. Ah, du darfst nicht im Wasserstrudel stehen bleiben. Glaube ich. Ja, habe ich auch gemerkt gerade. Was? Bin drin. Brudel. Ich auch gleich. Das war ja einfach. Ihr kennt die gar nicht, die Werbung mit Boris Becker, glaube ich. Doch, natürlich. AOL damals. Das war ja. Ja, AOL. Vor allen Dingen dieses Geräusch damals. Ich finde das analoge da. Wer war nahe gesagt? Ich hatte den Gain-Sounds von dem Modem leider nicht. Ich hatte ein, ähm... Ich gehe einmal ganz kurz wohin, ne? Aber du wolltest ja ein reicher. In der Hoffnung, was ich schaffe. Aber Diggi brauche ich ja noch ein bisschen. Ja, da war es. Ja, macht's okay. Ich war damals jung und brauchte das Geld. Äh, ich rauchte das Geld. So war's, glaube ich. Oh, oh, oh. Nicht schlägen da in dem Strudel. Musst du durchgehen. Ja, ich gehe. Diggi, Baby. Ja, ich gehe. Ja, Alter, da bist du super. Bist der Letzte, glaube ich. Ja, richtig scheiße, ich weiß. Ja. Aber Hauptsache geschafft. Oh, bist drin. Ja, Mann. Fühlt sich gut an. So. Was haben Sie denn schon wieder? Ach so, das bin ich. Das ist immer noch was, ja. Jo, das müsste auch Super Mario Land, nee, World sein für SNES, die Wasserhahn-Labs. Nee, ich will da nie lang, ich will da lang. Warum pustet mich das da lang? Ja, das ist mega gemein, das Ding. Warum ist das Ding so? Ah, ich freu mich an. Weil ich das Unreal Tournament Kit mache. Jo. Und zeig mir in der Space-Taste, was es bedeutet. Wer der Bus ist. Genau. So. Fertig. Hm, mein Engel. Michelle ist gerade auf dem Klo, aber sie lässt sich Zeit. Sie sagt noch dem Hund Hallo. Ach so, ja, okay. Ich sitze hier nämlich an der Quelle. Wat mut dat mut. Wat mut dat mut. Die Quelle ist ganz gut. Alter, wer kann da platt? Gar nicht, das sagt man hier einfach mal so zwischendurch. Wat mut dat mut. So mock wie dat doch. Ja. Ja. Ja, was sagt mein Nachbar immer, ey? Ah, verdammt. Muss ich immer fragen. Irgendwie auch sowas. Ich bin ja froh, dass man im Braunschweig überhaupt Hochdeutsch spricht. Hilfe. Hilfe. Ja, ich musste noch sämtliche Tiere streichen und so einen komischen Typen küssen. Ey, Daria, bist du das? Nein. Kratsch, ey. Wen habe ich da geküsst? Juna aus Final Fantasy X. Wen? Juna aus Final Fantasy X. Ach, die? Ich würde mich auch mit den braunen Haaren. Ja. Woher weißt du das? Weil das sein Lieblingscharakter ist bei Final Fantasy. Wieso hast du das so schnell geschafft? Hä, weil es einfach ist. Was? Was habt ihr denn? Wie findet ihr denn das Level hier, Leute? Äh. Ja. Ja, ne? Sagen wir mal so. Bisschen langweilig. Nein, passt schon. Alles gut. Ey. Was hab ich von meiner großen Fresse? Ey. Ey, lass dich da weg. So. Hallo. So. Hi, Dari. Hä? Ich bin doch gar nicht. Ach so, nee. Das ist Digi. Ich bin mein Dufter. Digi, Schatz. Was los, Mausi? Huch. Ich hörte Geruch, Dufter. Hi. Äh. Ach, du bist denn hier. Wui. Ach, jetzt kommen die Wolken. Welche Wolken? Das heißt? Wir kommen jetzt ins Wolken-Modus. Ui, ja, stimmt, ins Wolken-Level. Ja, das ist schon so weit, dass du schon auf der Wolke sitzen. So heißt mich doch noch gar nicht. Nein. Ey, jetzt voll eisig hier. Das sieht's aber so aus. Warum ist es hier so eisig? Ist es Nacht? Also ich, also ich spiel nicht HV auf Wolke 7. Warum wurde ich zurückgesetzt? Ich war Zweite. Ich war Zweite. Du bist doch immer noch bei Neueschlägen, bei Blocker. Chill mal. Ja, aber warum wurde ich zurückgesetzt? Ich bin am Anfang. Äh, warte mal. Warte, warte. Äh, wäre Lulu nichts für ihn. Schatz? Was ist denn Lulu? Äh, kannst du dich an die eine, äh, erinnern in dem schwarzen Kleid mit diesen Riemen, die sie am Kleid hatte? Die mit den schwarzen Haaren hochgesteckt, mit zwei, zwei Kräuterstäbchen im Haar. Ja, genau die. Wäre die nicht für dich gewesen? Wieso denn für mich? Äh, wird hier gerade gefragt. Ich denke mal, dass du... Ja, nee, ich, ich, ich hab das nicht gesagt mit der, dass ich die gerne hätte. Ich, ich, ach so. Das war, glaube ich, Digi. Echt? Okay. Juna, Juna, nee, nee. Ja, sag ich doch. Jaja, aber irgendwie, ne? Juna ist ein Fünfer-Gangter, das geht nicht. Das wird hier nämlich gerade gefragt. Ich hab nicht so drauf geachtet, was ihr Kerl da geantwortet hattet. Ob du diese mit den Gewürzstäbchen magst, Digi? Ich nicht, nee. Ich nicht, nee. Ich mag auch keine Gewürze so gern. Ja, doch, Gewürze mag ich, aber nicht bei vollem Haar. Ah, ah, ah. Bei vollem Haar. Da nutzt du echt jemandem Duftstäbchen und... Ja, die hat so Zimtstäbchen im Haar, oder was das auch immer da stellt. Aber warum weiß ich das? Ich spiele Final Fantasy nicht. Weil du mich liebst und weißt, äh, was ich so zocke. Ey, Aydaria, du musst da durch. Ja, ich komme da nicht durch. Aber es ist nett, dir zuzusehen. Zwei Minuten sehen wir das noch. Das ist gut. Ich war ja schon am Ende. Ich war ja schon am Ende. Ich war ja schon am Ziel. Oh Gott. Mach keinen Schein. Ich schalte da mal ein anderes Programm an. Das wird ein bisschen langweilig. Jetzt wird nicht durchgescheitert. So, wo ist man jetzt? Okay. Ah, zurück. Ah, guck an. Oh, ich lache nicht über dich. Ich lache nur über dir als Sache an sich eigentlich. Und ein bisschen über dich. Was machst du? Ja, nein, nein, nein. Komm, geh da durch. Es ist zu spät. Geh doch unten durch. Ja, und das habe ich ja nicht durch. Und da durch, ja. Ey, das geht es. Ich war schon am Ende. Ich war schon am Ende. Ich war direkt bei dir. Da muss er auch. Da muss er. Hier, guck mal, da ist Schnee. Da muss er auch. Ich war, ich war. Also jetzt, ich erst mal Eis-Maps? Ah, Eis ist erst mal, Leute. Weißt du, ich war direkt da, wo du gerade... Warum? Hä? Mit den großen Brüsten. Alter, Ragnos, wie bist du denn drauf? Wir sind auch Minderjährige ab 18. Was? Wo sind Minderwertige? Minderwertige. Minderjährige ab 18, so wie ihr beide. Ach so. Dufti, wir sollten nicht mehr zuhören. Die versauen uns ja total. Nee, nee, Ragnos versaut uns. Was ist ein Ragnos? Der schreibt im Chat gerade. Ach so, ja. Warum wir die mit den Gewürzstäbchen im Haar nicht, die mit den dicken Brüsten nennen? Ich, 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 ich sehe nicht, dass er schreibt bei mir. Ach, großen, großen, Entschuldigung, Ragnos. Äh, äh, er schreibt bei mir. Ja, das habe ich jetzt auch erst begriffen. Ach so. Wieso schreibt der bei dir? Der schreibt im Internet. Oh. Girl, fight, web. Das hatten wir schon damals. 1987 ging das los. Ich weiß das noch. Das konnten wir uns nur noch nicht leisten damals. Ich war live dabei jetzt. Aber wir hatten schon einen After. Wir hatten schon einen After. Wir hatten schon Klos und After und so. Das machen wir da unten. Jetzt nichts mehr. Jetzt nichts mehr. Warum ist Dufti vorne? Ah, weil ich jetzt vorne bin. Ah, Ice Map. Nein. Nein. Karma. Hier liegen Eier. Von mir. Nein, von mir. Ach so. Ich habe doch auch Eier. Nein. Oh, Digi, Digi muss auch nochmal neu anfangen. So, wie? Man darf das Eis nicht berühren? Ah doch. Äh, du darfst das untere Eis nicht berühren. Das normale Eis, ja. Aber das... So, wann kommt ihr? Das untere halt nicht. Ach, du bist doch durch. Oh, verdammt. Ich werde von... Ich werde mit Löwen beschmissen. Nein. Mit Löwen? Mit Löwen kämpft man sich doch im Braunschweig aus. Nein. Nur, dass das keine guten Löwen sind im Braunschweig. Bist du Fußballfan, Dufti? Boah. Nicht? Karma. Das ist gut. Dann mag ich dich wieder. Bei der BTSV ist ja nicht gerade so toll, ne? Ich meine ja nur, es ist nicht böse gemeint. Allein die Farben. Envy wurde damals auch mal gesagt, gelb mit blau trägt die Sau. Aber richtig. Lieber Löwen als Löwensens. Oh, guck mal. Wobei Löwensäpf ist in Ordnung. Nee, dann lieber Löwensäpf, du. Löwensäpf ist in Ordnung. Aber ich hab... Ich hab da... Habt ihr gestopft? Nein. Digg und ich sind... Der Niedergefallen. Der Niedergefallen. Nein. Das ist nicht. Nochmal. Nein. Oh. 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 Nein, Dupfti. Nein. Oioioioioi. Oh. Du. Bist du schon oben? Jo. Das ging ja einfach. Aber weißt du was? Ich bin auch schon drin. Alter, will ich schon drin? Und? Ja. Hör, was, was, was? Achso. Jo, ich bin auch drin. Alter, geil. Tommi fragt gerade bei mir im Chat, wie Hannover heute gespielt hat. Äh, 3 zu 2 verloren, meine ich. Ich weiß zwar nicht gegen wen, aber 3 zu 2 verloren auf jeden Fall. Achso, okay. Gegen Düsseldorf. Düsseldorf. 3 zu 2 gegen Düsseldorf. Aber ey, ich hab diese Woche beim Kicktipp den Tagessieg geholt in der Bundesliga. 16 Punkte. Jawohl. Mein Nachbar hat 8 Punkte geholt. Und mein Nachbar ist Zweiter in der Gruppe. Erstaunlicherweise. Ich bin Elfter. Oh, bist du drin? Das war ja einfach. Mal wieder. Entschuldigung. Alles cool. Nein! 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 Ihr blöde Idioten! Wer? Ihr alle! Danke! Ihr alle! Wegen euch hab ich es nicht geschafft! Nein! Oh, cool. Checkpoint. Ein bisschen mehr Respekt vor älteren Leuten, ja? Ehrlich. Garandiert nicht. Verdient die ihn euch erstmal. Aber wir müssen sich hier auch noch bewegen. Oh, wie frech. Wie scheiße. Scheiße. Kackt die Wand an, Alter. Du musst den Sport machen. Oh, ich bin hinten runtergefallen. Nein! Das war schon in der Schule immer so. Oh, hat mich auch voll genervt. Ja, das kommt, wenn man hat mit dem Stuhl kippelt. Oh! Nein, ich hab F gedrückt. Das stand auch immer auf meinen Noten drauf. F! Du Wichser! Also, ich muss sagen. Das ist gar nicht immer so schwer. Das ist ein Trennungsgrund! Oh, Checkpoint! Was, der Ball ist rund? Ja, der Ball ist rund. Genau, es hat 90 Minuten. Nein, ich bin... Nein, ich bin wieder am Start! Wieso bin ich denn wieder... Ich bin wieder... Nein! Hey! Das scheiße! Da muss man mitgehen! Leute! Oh, Gottes wen! Lass mich mit raus! Nein! Alter! Bleib da! Bleib, wo du bist! Oh! Mann! Gott! Du machst mich wahnsinnig! Ich mach mich selbst wahnsinnig! Falls ich mich still vom Loch und komm nicht rein! Oh! Oh, nur noch Siggi! Wer ist Siggi? Siggi! Siggi ist wie wohl sein Stiefmummer! Was? Warum krieg Minigolf immer so unanständig? Ja, das mag ich auch! Du musst mitgehen! Oh, oh, Siggi! Du musst mitgehen! Ja, ich... Mit der Plattform mitgehen! Geh doch mal mit der Zeit, du! Mit der Plattform mitgehen! Sei die Plattform! Sei die Plattform! Genau! Geh mit der Plattform! No, 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 no! Sei die Plattform! Und jetzt rüber wegspringen! Starde! Ja, genau! Jetzt einmal ins Feuer springen! Da oben ist das Secret... Ähm... Loch... Service! Achso! Diese Eier! Ey! Da war eine Patrone! Die war ganz gemein! Kanone-Patrone! Kanone-Patrone? Was ist das, wenn man die Patrone trifft? Äh, die... Äh, sie schubst dann einfach nur... Ja, die schubst... Die schubst sich einfach nur weg! Nein, da laufe ich nicht auf! Wuhu! Das war aber knapp! Die hat mich so geärgert, letztes Mal die Geschichte... Nein! Die war ganz so gut! Oder werden die Maps immer kürzer? Mhm. Okay. Achso! Da muss man hin! Ist schon jemand drin? Ja. Also das ist echt... äh, dürfte sein Spiel. Ich glaub, du kriegst es... Du kriegst es immer besser hin, glaub ich. Also ich bin ja mit Jump'n'Runs aufgewachsen. Ding, ne? Ich auch. Ich mach kein Jump'n'Run, ne? Ja, richtig. Aber das... Eigentlich mag ich gar keine Spiele. Was mach ich hier eigentlich? Ich bin ein ganz ernster Typ eigentlich. Also eigentlich magst du nur Anno und, äh, Klo-Tycoon und Air-Tycoon und... Niemand mag mich. Eigentlich hat Klo-Tycoon gesagt... Ja, Klo-Tycoon. Klo-Tycoon ist super. Ja, Klo-Tycoon ist super. Es gibt ein Spiel, das heißt Klo-Tycoon. Ist das sozusagen Penner-Game 2.0? Nein, Klo-Tycoon ist super geil und uralt. Nein, ist es nicht. Nein, ist es nicht. Nein, ist es nicht. Es ist ekelhaft und nein. Klo-Tycoon ist super. Nein. Das müssen wir mal spielen im Stream. Nein. Nicht in meinem Stream. Da kannst du dann die Klos von den anderen beschmutzen und... Ja, ich weiß, wenn ich jetzt nicht als erstes beschmutzen würde. Ich würde deins als erstes beschmutzen. Ich würde deine Mutter... Ach so. Nein. 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 Wer ist deinem Weg? Ich bin duftet. Oh, ich liebe euch. Danke. Ey, du Ball. Danke, ich bin jetzt erst im Ziel. Geil. Ey. Ey, du. Ist das schön doof. Hast du mir. So, und wie geht's euch sonst so? Was macht die Familie? Er läuft. Geh rückwärts und bergab. Ey, Digi, du bist Letzter. Das war das erste Mal so. Jetzt bin ich Letzter. Ich bin Letzter. Loch 14. Wieso gibt's eigentlich so viele Löcher? Damit alle befriedigt sind. Ey, du bist so ein Drecks. Danke. Wie. Wieso? Ne, damit alle ihren Lieblingslevel haben können. Ach so, ja. Was sagtest du denn? Wer ist das? Der ist mega gemein. Der ist so ein Pinker. Der ist mega gemein. Ne, voll duftet. Ich finde ihn richtig doof. Oh. Ach nee, der war ja mein Held heute. Hä? Kommt ein Pinker-Ball daher? So. Dann kann es nur der Dufti. Weiß ich auch nicht mehr. Nein. Doch. Wer ist hier der Endgegner? Nein. Schon ein cooler Stage hier. Das war mega gemein. Da verliert jemand seine Eier. Wir beide. Ah. Das sind so viele. Ah. Alles in Ordnung. Warum geht das nicht mit? Warum geht das schon bei dir jetzt? Alter. Du Wichser. Was war denn das denn? Was war denn das, Alter? Ey, komm hier her. Du älnst eine Kreatur. Du älst eine Kreatur des Todes. Das ist doch wieder der Natur. Ey, du bist so widerlich. Du bist manchmal so widerlich. Was? Das sagt meine Freundin auch immer. Ich würde mir sagen, danke, reicht schon. Das sagt deine Freundin gerade zu dir. Ach so. Alter, wegen dir fange ich von ganz vorne an. Was, wieso, wegen mir? Wegen dir fange ich von ganz vorne an. Dann hinkt du nix für, dass du so schlecht bist. Ja, wenn du so unfair spielst. Was? Und mich rauskickst. Ach da. Wen sengst du da noch immer? Ich habe doch gar nix gemacht. Nein, überhaupt nicht. Weißt du, ich war endlich oben. Bin endlich mit der Plattform gegangen. Ey, ich bin wieder am Anfang. Ach so, weil ich F gedrückt habe. So, Plattform. Plattform, Plattform mitgeben. Plattform, Plattform, Plattform. Ist irgendjemand schon drin? Ja, alle anderen auf der Bier. Hey! Nein, hey! Warum beginne ich denn jetzt ganz von Anfang? Huh. Ja! Ey, das war super gemein. Das war super gemein. Lass mich da rauf, süße. Nein! Ja! Ich werde noch erster. Ich gewinne noch. Das glaube ich ja weniger. Hä? Oh. Ja! Hallo Ziel. Hi. Nicht du. Krass. Frischi ist ja immer noch unterwegs. Ach, da bist du erst. Ja, ich muss dir irgendwie von vorne weg. Ich dachte mir schon, du? Nein! Er genießt das Level. Er genießt das Level. Nein! Oh nein! Ja! Wo muss ich jetzt hin? Äh, nach links. Uh! Links oben. Also, da wo die Lücke ist. Genau da. Krasser Shit, Alter. Anders wartet nur noch auf dich. Ja, ich will es ja nur ein bisschen spannender machen. Lass, ey! Lass, lass uns, lass uns einen Gladiator in Ruhe, ja? Warte, was willst du denn? Ey! Er ist doch ein Gladiator. Ey! Ja und? Nein! Ey! Das ist mega gemein, das Level. Das mobbt mich. Das mag keine Italianos. Das mag kein Italianos. Ich habe gemacht dir die beste Pizza für dich. Und wie danken du mir das? Ah! Sag, wann bist du Italiano? Na, ich bin doch Gladiator. Du bist ein spartanischer Helm? Ja, ist gut, okay. Aber hast du mich gerade Spasti genannt? Ja, Vorstufe. Ah! Ey! Würste gehen! Alter, sechs Sekunden vor Ende. Schleck mich fett, Alter. Ich sag doch, ich wollte es spannend machen. War dir schon lange nicht da? Ja. Ich hoffe, ich war nicht langweilig. Das ist jetzt die letzte Stage hier. Ja, das ist die letzte. Ja, da kommt Bowser. Du solltest, weißt du, du bist so richtig der Spoiler, ne? Was denn? Die wussten es doch schon von mir. Nein! Oh! Es sei denn, du hast es zu spät verraten, wo ich nicht da war. Hab ich. Ja gut, dann... Du bist da so langsam! Hey! Jetzt hab ich ihn durchgeschoben. Ich werd irre. Hast du nicht... Nein. Oh, cool. Hey, Biggie! Was denn? Was stimmt mit dir nicht? Ihr ist aber... Nein! Das gibt's doch nicht! Digi, Digi, du wirst gemutet! Nein! Ach so! Nur ich kann ihn muten. Echt? Ja, das ist mega gemein, was der macht. Du bist doch vor mir, ist doch alles gut. Äh, bin ich nur vor dir? Bist du so langsam? Äh, ich bin alt und fett, was erwartest du? Nicht viel. Was siehst du? Ich bin dick und suche Arbeit, bevorzugt Holzfäller. Oh, Lumberjack. Lumberjack? Ey, wo kommt das Feuer her? Boah, boah, boah! Ist doch keine Rune. Wo ist ja keine Rune? Seine, äh... Seine düsteren Momente. Du bist zumindest vor mir, Dufte. Hallo, Feuer... ...bau... ...bau... ...moment. Ja, jetzt... ...jetzt durchrollen. Oh! Yep! ...bau... ...but... ...yay! Wir sind als erstes und zweiter durch. Wie cool. Oh, da ist Bowsi. Bowsi. Der Sänger. Ich muss gleich mal fluchen. Ich mag gleich mal das Mikro aus. Wieso ist das für 18 eingestellt? Darfst du doch? Ja, ich darf. Ja, darfst du. Nein, Bowsi. Bowsi, mach nix. Weißt du, was wir uns zu den Begriffen und Wörtern gesagt haben? Also, wir haben heute schon so viel geflucht. Ich nicht. Doch. Nee, ich hab immer nur gesagt, Sahnekeks. Diggi, Diggi, ich will dich ja nicht beleidigen oder verunsichern, aber du bist doch am Anfang. Das weiß ich. Auf wen warten wir eigentlich? Auf Diggi. Auf mich? Ach so. Weil er einen sehr komplizierten Weg geht. Ich dachte, wir werden warten auf Diggi. Du weißt, dass du auch da lang gehen kannst, wo das Feuer ist? Sag ihm das nicht. Das kommt doch nie an. Wo ich steig kannst. Er kommt doch so nie an. Die Frau. Er kommt doch so nicht an. Ja, Checkpoint. Schal ich. Wenn einmal im Leben auf eine Show gehört, das reicht. Alter, kennt ihr das? Checkpoint? Welches Spiel waren das? Irgendein Autorennspiel mit Checkpoint. Wurde immer gesagt. Wie hieß denn das? Burnout. 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 Super geiles Spiel. Wurde aber nicht nur dran gesagt. Gab es auch noch in anderen Spielen. Echt? Ja, aber bei Burnout war so Checkpoint. So richtig geil. Ja, ja. Aber die ähnliche Betonung gab es doch noch bei einem anderen Spiel, was ich vorher hatte. Ja, aber das war mega chillig, Baby. Denk mich nicht Baby. Okay, Schatz. Das ist schon besser. Zahne Schnitte. Nein, das ist auch nicht cool. Oh Gott. Oh, Checkpoint. Moin. Charlie. Du hast auch 45 Sekunden und da kommt gleich Bowser. 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 35, 34. Ja, ich seh's. Weiter, 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 weiter. Und spreng, Junge. Vicky, wir wollen dir ja keinen Druck machen, aber 28 Sekunden, 27, 26, 25. Ja, hallo? Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Ah! Du bist so weit. Oh Gott, oh Gott, da kommen doch die Bälle. Ah! Yo, Alter, bist du geil. Und runter. Hä? Nicht... Nein. Ah, und auch wieder von vorne. Schaffst du nicht, schaffst du nicht. Dum, dum, dum. Mayo, Mayo, Mayo. Mayo? Majoran? Wieso rollt er so langsam? Wieso darfst du noch? Wieso krieg ich die traurige Dings da? Die Tröte? Ja. Warum krieg ich die traurige Tröte? Das ist der Trombone. Ich bin doch durch. Ich frag mich, warum er verloren hat. Ich frag mich, warum das Spiel nicht endet. Die Zeit ist schon seit einer Minute abgelaufen. Das war doch bei uns beiden vorhin genauso. Beim ersten Mal. Ich will auch, dass es endet. Ich will auch, dass es endet. So ist es nicht. Und es rollt das Ding auch noch so lange. Ey, wäre ich da. Ich wäre schon schneller, weil ich viel weiter bin als normal. Süße Tier. You know. Das wird nichts. Alter. Digi. Digi, bist du? Jetzt ist es dann durch. Klar, jetzt ist es vorbei. Das ist doch was. Ich hab nicht von so. Ey, du stehst du jetzt mit dem Ganzen. Nice. Nicer Scheiß, Junge. Das ist doch was.